Hallo liebe Gartenfreunde, wir machen mal ein kleines Video zum Thema Pflege im Garten und machen ein Vorher-Nachher-Video. Wir haben jetzt schon ein bisschen geschnitten, aber zeigen euch dann gleich mal, wie es später aussieht, wenn wir fertig sind. Hier haben wir gerade diesen Verholder geschnitten. Hier machen wir gerade noch Beetpflege. Aber hier sieht man dann auch schon, wie diese Säulenobstpflanzen, die noch gar nicht geschnitten wurden. Säulenobst muss man ja auch immer auf Sporen schneiden, das heißt man schneidet hier diese Triebe ab, auf ungefähr ein bis zwei Augen. Und dadurch bilden sich wieder neue Fruchtsporne, neue Fruchtansätze. Tut man das nicht, verbuschen die einfach zu sehr. Ja und hier sieht man sehr stark verunkrautete Rosenbeete, da werden wir gleich mal durchgehen, hier in diesem schönen Wurmteil. Ja und hier sieht man auch ganz stark verunkrautete Bereiche, hier wurde ein Jahr gar keine Pflege gemacht. Das ist richtig im Dornenröschenschlaf. Ja, lasst uns gerne einen Like oben und bis bald mal wieder. Tschüss! Das ist richtig, glaube ich jetzt. Vielen Dank.